Guten Tag, 2. Klasse. Öffnet bitte das Buch auf Seite 50. Ja, 50. Okay. Was ist das? Was sehen Sie? Mh, Kinder, Snow, Snowman. Was ist das? In Deutsch. Okay. Welcher Satz passt zu welchem Bild? Verbände. It's mean which sentence? Complete the photo. Okay. Wir laufen schlitzschuh. Hm, mit welchem Foto? Ja, ja, richtig. Das ist. Prima. Ja, ja. Wir laufen schlitzschuh. Schlitzschuh. Das ist. Prima. Toll. Wir rudeln. Wir rudeln. Ja, das ist. Wir rudeln. Okay. Wir machen eine Schneeballschlacht. Wir machen eine Schneeballschlacht. Ja, das ist. Wir machen Schneeballschlacht. Prima. Toll. Wir laufen Schlitzschlacht. Wir laufen Schlacht. Ja, das ist. Sehr schön. Wir spielen Eishockey. Wir spielen Eishockey. Ja, richtig. Toll. Last one. Wir bauen einen Schneeballschlacht. Wir bauen einen Schneemann. Noch einmal. Wir bauen einen Schneemann. Ja, richtig. Das ist. Ja, der Schneemann. Prima. Toll. Okay. When you are finished. Bitte. Color. Color. What that photo you are like to do it. Ja. Okay, das ist alles. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Tschüss.